23. Juni 2018 Was für ein Spiel, Rückstand, Platzverweis, Partie gedreht. Deutschland hat durch einen Sieg gegen Schweden beste Chancen aufs Achtelfinale. Sehen Sie die Highlights der Partie im Video. Bitte beachten Sie, in einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden. Zum Artikel Empfehlungen zum Video Video 18.32 Uhr der deutsche WM Traum, an einem Sonntag im Juli Video 2.34 Uhr WM Highlight Video Kroatiens Sieg gegen Argentinien, wie Kroatien den Vize-Weltmeister auseinandernimmt Video 1.34 Uhr Stimmung in Russland, zwischen Fußball-Euphorie und Politikverdruss Video 1.32 Uhr Seine Frau ließ ihn nicht, Mexikaner schleifen Kumpel als Pappfigur zur WM Video 1.19 Uhr Audioaufnahme von weinenden Kindern, das amerikanische Volk muss das hören Video 3.28 Uhr Interview mit schwedischem Journalisten. Diesmal sehen wir den Weltmeisterspiel in Video 0.37 Uhr Schusswechsel auf offener Straße, Autodiebe geraten an Zivilpolizisten Video 2.19 Uhr Proteste gegen Sexualstraftäter in Spanien, wir haben genug. Video 1.29 Uhr Schwedische Fans feiern in Sochi, Intentanz zu Mitzamau Video 1.54 Uhr vor der Türkei-Wahl, das Rennen ist offen Video 1.38 Uhr Umfrage zu Strafzahlen auf Harleys, ich würd's trotzdem kaufen Video 1.05 Uhr Marco Fuchs schenkt ihnen 180 Minuten, mit dem Rücken zur Wand. Zivilpolizisten Video 1.70 Uhr Bis zum nächsten Mal.